Wir sind hier natürlich mit einem ganz bestimmten Stil. Wir wollen Präsenz schaffen, wir wollen Wahrnehmung schaffen für die Idee des Solaren, für die Möglichkeit mit Solarenergie viel zu bewegen auf ein großes Schiff. Und ja, ich glaube, das erreichen wir im Moment ganz gut. Die ersten Antworten, die ersten Sächerchen sind hervorragend. Und wir sind sehr wohnzüglich darüber, dass diese Idee zu einem Erfolg darstellt. Entstanden ist das Ganze vor fast drei Jahren jetzt. In zweieinhalb Jahren hatte ich Raphael Straß, den Ideenträger, den Ideenschöpfer dieses Plans, einmal mit einem nur so lagerstrebenden Boot rund um die Welt zu fahren. Ich habe diese Idee großartig gefunden, den sofort aufgesprungen und abgesagt. Herr Maeser, da das Wetter ist eine Studie. Ich habe die Studie aus der Studie aus dem Geheimdachtpunkt, Sag mal, sage ich das mit mir, das wäre das hier, das ist ein Studie. Ich habe die Studie aus dem Geheimdachtspart.